hallo freunde ich bin's wieder heute mit bergigen grüßen aus dem anaga gebirge ich laufe hier gerade einmal rund um den roque di taburno ein großer felsen der direkt über mir ist und im hintergrund sieht man ganz schön die nordküste vom anaga gebirge wo man dann auch wirklich nur durch wandern hinkommt im hintergrund sind ein paar häuser zu sehen ja das ist also eine super spannende schöne wanderung hier nicht zu anstrengend es ist einigermaßen windig heute morgen war es ziemlich kühl aber gut heute ist ja der 14 januar da können wir nicht grünzen oder also bis zum nächsten mal roland der kanarenvogel